Prrrrrr... Wie? Wenn das so heiß? Brrrrrr... Und jetzt muss ich Forzaid spielen. Ich will nicht! Aber ich muss! Ich hab so lange nicht mehr gespielt! Ich bin jetzt komplett scheiße! Welchen Skin hat ich eigentlich zuletzt drinnen? Ups! Taedrose! Pachi Royale! Solo! Gertenshop! Laden! Laden! Huch! 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 Folter! Kannst du mich jetzt enden? Ja, sag doch mal wieder heiß, Alter! Ich muss kosten gerade! Das ist... Huch! 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 Nein! Von Benni wurde ich... Bist du bereit? Ja, ja. Ey, 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 ey! Shhh, du, nein! Du, nein! Okay, okay, okay. Uh, wait. Mauerz, du bereit? Ja, ja. Ey, 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 ey! Shhh, du, nein! Du, nein! Du, nein! Okay, okay, okay. Uh, wait. Mauerz, Alright. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zurück zur Lobby. Lobby, Bobby, Lobby, Bobby. Also, er heißt ConstiXD-Utub. Ja, das sollte ich hier kriegen. Alles wirklich, alles groß geschrieben. Are you kidding me? C-O-N-S-T-I-X-D-Utub. Okay. Also, C-O-N-S-T-I-X-D. X-D-Ut-Utub. Anfrage wurde verschickt. schicht noch zu sagen endlich 4 Prozent diese Spiegel schritt schnell die folgt hier hier ist es mit Freunden hier hier habt Portion für öffentlich nur zu einladen hier 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 Ja, ja, ja. Was? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kommst du Fortnite? Ja, ja, ja. Ja, ich muss aber kurz Spielchat. Hallo? Kannst du reden? Hallo? 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 Rede! Mama, die ärgert mich. Was geht so nicht? So. Hallo? Hallo? Wieso komme ich mir da nicht so an? Komm. Egal. Machi, Adi. Jo. Glaub ich dir. Jo. 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 Boah. Erstmal auf eiskälter Basis als TikTok während des Streams gucken. Ja. Du bist schon wieder da. Ich dachte, du bist ein Schwimmer. War ich auch. Aber der Badeweiß hat mich rausgeschmissen, weil ich ins Wasser gepingelt habe. Aber das machen doch alle. Ja, aber nicht um 10 Meter dritt. Bleh. Hallo, Mama. Mo. Auch wenn der Schahme im DM... Tic, long. Putsch, no. Putsch! Putsch! Was haben wir eben gesehen? Mo. Je. Ja, wie gesagt. Ja, ja, sorry, Leute. Ich weiß, dass wir so nicht lernen können, wenn meine Mutter mal reinkommt. Ich dachte, ich hab mein Kapp hier liegen lassen. Tic, long. Putsch, no. Putsch, no. Was haben wir eben gesagt? Jaja. Moritz hat die Partikel verlassen. Moritz, das kannst du nicht bringen. Du kannst doch einfach spitz jetzt. Nein, nein. Hoppen kriegst du den Goblet. Guck uns doch einfach zu. Ja, Fritzi. Fritzi! Was? Schnauze. Nur, dass wir mein Herz eigentlich dran machen. So. Sag, wenn ich zu laut bin. Zu leise. Wart für zu leise, ich hör mich irgendwie übel. Ich hör mich lauter als ich eigentlich spreche. Nichts ist alles gut, Junge. Du bist zu leise, red mal lauter. Besser oder du? Besser oder du? Geht nicht. Ich kann nein, ich kann nein, ich hab ne fucking auch. Ich hab ja nur das Fortnite gelöscht. Ja, hab's gestern wieder runtergeladen. Hilfe, ich geh doch auf die Schnauzen. Wenn willst du die Season dann installieren, hab ich mir eh gedacht. Hilf mir, der ist wonnit. Hat er den Konrad überfordert? Bitte. Bitte. Ja, er ist lost. Ja, Honig. Ja, Honig. Nein, der Noiskin. Nein, der Noiskin. Oh ja, das wird geil. Ja, das wird geil. Ja, das wird geil. Moritz, dein Kopf ist ripp. Verhör ihn bitte. Verhör ihn bitte. Verhör ihn nicht. Verhör ihn nicht. Verhör ihn nicht. Verhör mich, das ist dumm. Nie auf ihn hören. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein. Er hat ihn gefinisht. Verhör ihn nicht. Wenigstens hab ich jetzt ne Tag. Richtiger. Ich bin weg. Was ein Junge. Omge. Lass mich saufen. Er hat mich gefunden. Wie das denn? Gangster. Abschlauber. Der ist so leise. Bin ich leise? Nein. Der andere. Nein. Hör dich. Ganz normal. Ja, du bist aber leise. Ich bin zu leise. Ja, du bist nicht im anderen Cloud. Egal. Auf meine Rückenkreis. Ja. Traurig. 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 Ja. Der andere. Der andere. Der andere. Der andere. Der andere. Reist die Hütte ein? Der andere! Ja! Okay, was hast du jetzt wieder für eine psychische Behinderung? Wer? Du? Du? Nein, was für ich? Du pustest in dein Mikrofon, wie der letzte Harzer. Gar nicht. Ja, ich auch nicht, ne? Lagerfeuer! Mach an den Schiss! Nee! Ein Orano-Skin. Du hast den perfekten Konstantin-Skin, ne? Ja, du kleiner Kocke, ich seh's doch. Ich seh' ich ja. Digga, dieser scheiß Yeti, ne? Ich schurke, er triggert mich unnormal. Junge, nimm einen anderen Skin. Das willst du dir nicht anziehen. Hey, Munition! Kiste! Harpune! Schnauze! Er wird geschossen! Bitte helfen sie mir! Er danced in der Lobby und ich muss es hören! Ich muss es hören! Oh, der Trigger! Oh, der Trigger! Du kriegst, du kekst mich jetzt aber nicht, ja. Vielleicht? Vielleicht. Hatte ich nur noch einen Beherrter, hm. Siehst du den Skin? Ich seh's nicht, nein. Ich seh's nicht, nein. Mr. Tomato! Bei Moritz ist es Mrs. Tomato. Bad Badass, du rede, wenn du was willst! Ich will mir's in Konstantin zu können. Hör auf, diesen scheiß Fake-Deadpool zu sehen. Dieser scheiß Säufer. Dieser scheiß Säufer. Willst du mich? Willst du mich? Willst du mich? Mann, Moritz, ich kann mit dem nicht spielen. Mit wem? Er editiert mich einfach runter. Er editiert mich einfach runter. Runtert. Runtert. GG. Ich kann euch nicht mal zugucken. Ich hab Angst, dass ich dann nicht switchen kann. Besser ist das. Ich mach einfach mal, mal gucken, was passiert mir. Die alles geht wieder raus. Bau, 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 bau! Wo ist dieser Sniper-Heini? Wo ist dieser Sniper-Heini? Hallo! Ich kann wechseln! SPRINGUNG! Au! Tim, auf mich einklang, du unterentwickelter Spakio! Mode-Spam, tippe ich auch! Löcher! Kaffee! Ne, macht er halt nicht! Spam, du dich brauchen? Ja! TÜ! Pimmel! Loha! Ah, komm! Jetzt müssen wir wieder viele Scheiß-Kombi! Ich geh mal jetzt in seine Farbe! Oh Gott, jetzt! Okay, ich hab nichts gefragt! Wir müssen reingedangen, wenn wir da raus! Ich brauche es mal hier! Ja! 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 Nein! Oh Gott, bleib, bleib! Nee, ich geh jetzt! Wir gehen zum Loot! Wir können das schaffen! Ja! Ja! akubak hat ja ich habe gegner und um mir oh no, dein ernst wie schlecht jetzt kommt der Tina Fan & Rocket vorbei er nimmt sie aber trotzdem ich kreue jetzt alter ich raste aus wir müssen schnell in die Zone die Zone macht auch gut wir wollen gleich explodieren jetzt haben sie noch ihr nötig gestört ob du sie in die Zone schaffen, das ist eine sehr gute Frage komm her, ich hab Jumped ich weiß, ich hab Jumped ich soll vielleicht mit drunter schießen ich hab, ja, denk ich eigentlich auch da läuft jetzt hoch, das ist viel zu niedrig das passt so nein, noch höher da ich hab noch zwei Schachtels 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 macht die Schachtelser die Saison auf dem Weg we Theater bringt gar keinen Kampel das scheint sich nicht so lange sein haben wir die Gründung zu nehmen in der Schweiz aber es ist so viele LH das ist so die ich Ja, geht. Ja, jetzt playst es einfach so! Ja, jetzt playst es einfach so! Keine Video-Runde-Left. Nein! Nein! Boah, kommt, was ich denn das mache? Gegner! Wo? Hä? Oh, da hast du mal kaum geschossen! Hinter, Helikopter hinter euch! Hinter euch, Helikopter! Snipe ihn! Snipe ihn, Konstantin! Zielst du denn hin? Auch geklautzt! Der kommt, hat ihn nur geklautzt! Nimm mal, nimm mal, nimm mal, nimm mal! Er lässt mich zurück! Scheiß-Antimate! Das ist halt wirklich so! Oh, komm, du hast mal viel! Oh, komm, du hast mal viel! Hey, Alter, wie du meckst, dass du... Konstantin, ich... Ja, er hat gar nichts, ja, eh, ich hab so wenig! Äh, 2x10, also 2x18! Ja, warte, ich kenne gleich was! Wenn wir die Gegner hier besiegt haben, oder wir auch noch! Ich arbeite an zweiterem! Ich arbeite an zweiterem! Nimm, 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 nimm! Ich hab kein P-T! Ja! Los jetzt, du beendet die Runde! Du kannst ihn streamst du noch? Ja! 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 He-he! Ich hebe die Klo-Kranaten mit! Klo-Kranaten! Ja, genau, liegt da noch eine Skau! Ja! Ich hoffe, ich bin zu sehen. Ich lache, wenn du wirklich kommst, kommst du hin. Wie? Wie? Schade. Oh Gott, was sind das für gute Edits, Alter? Da du echt nicht mal einmachst, ja. Oh Gott. Das ist eine Zollein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sind die welche oder warum schießt du? Warte. Die Gag, die Gag! Die Gag! Digga, dann kommt euch lieber in das hier! What the fuck? Das wird die Gassenlos sein. Ja, also, wer hättest du denn die Swapfront verschieben, ne? Wär ich der Beste? Wär ich der Beste? Nein, noch lange nicht. Der Zweitbeste, nach mir. M-m-m, der Zweitbeste, nach mir. Ich weiß, du in der Erste ist halt. Ja, was du sehen willst. Die Schwarz, die Grotte, glaub ich. Die Zweitbeste, klar. Wär ich den Knoll, lösen? cuz sie sind immer Teil des Konferensmasters. Jetzt steht in der Skizze. Die Schrauben die Schwarz-Achandler-Kennung im Tauchwappen. Das habe ich geschützt. Du findest du bei einem und schnapp in der Schwarz-Achandler-Kennung im Tauchwappen. Das habe ich mit der Schwarz-Achandler-Kennung im Tauchwappen. Ich hoffe, dass du mit der Schwarz-Achandler-Kennung im Tauchwappen kennenzulernen. Ich würde das daher schon mal wiederholen. Ents injected, die Schwarzär-Achandler-Kennung im Tauchwappen spezialisieren. In der Schwarz-Achandler-Kennung im Tauchwappen. Wer von euch, also wenn ihr den Epische schafft und wer von euch bei den letzten holt, der ist besser von euch, okay? Okay? Hallo? Hör, mach ich so ernst. Oh, ich hab den Grill. Wollen wir Double-RPG? Wollen wir Double-RPG? Wer schießt schon? Naja, das geht halt um den Punkt. Ja, ich auch. Und? Thompson! Da kommt noch mehr. Ah, erstmal ein Rival. Grappler liegt dort als Maul. Haha! Konstantin, ich hätte eigentlich erst gelootet an einer Stelle. Ich weiß, aber ich bin nicht froh. Nimm doch schnell was! Die Grappler! Und die Thompson, und die liegen dann unten! Die Thompson liegen! Scheiß doch auf die Thompson! Äh! Eine Minigun? Hast du sie wenigstens? Ah, sie fangen sie wenigstens. Du hast keine Shotgun? Nein! Du musst gewinnen, kannst du die XT. Wann für... Äh, Emritz? Du scheiß Verräter! Nein, ich hab' nicht den Berger gewinnen, weil ich bin tot. Dann wird das krass. Äh, äh, äh. Was ist denn der Letzte? Was ist denn der Letzte? Was ist denn der Letzte? So verloren! Ich wusste halt nicht, dass da der... Ich dachte, er ist Wasser! Ich dachte, er ist Wasser! Aaaaaaah! 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 Schmech! Aber wir wissen schon mal, er ist nicht ein Korrekt gekrottet. Ja, er kann auch ein Neumann sein. Oder er ist halt wirklich irgendwo. Digga, ich hab' scheiß sechs Jump-Heads! Dann geht doch nicht, doch mal ein Schmuck zu kommen! Gott, der geht natürlich auch, aber ich mein' mir nicht. Achso, er hat auch welche. So zähl ich ihm jetzt die Greppler runtergebrot. Ja, los. Es geht ja... Ihr helft euch gegenseitig wohl, es hier geht, wer besser ist. Und ich weiß innerlich, dass Kaka, die sich dann so freuen wird, gell? Wann? Du gewinnst! Ich glaub, ich weiß, wo er ist. Ich hab' noch versteckt. Es gibt noch ein Verstecklinge-Protze. So, aber da hätte ich gar nicht mehr hingehen können. Und dann überleg' schnell, was denn... Und dann überleg' schnell, was denn... Um Gott, was gekommen sind! So, brauchst du Morki-Launcher, helft mich, Sniper, Krakler und... Kommt! Lass mich! Ich spiel' du! 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 Abbau' bitte, lass' nicht runterfliegen! Oh Gott, ich spiel' du! Oh, das ist ne' Piste! Oh, das ist ne' Piste! Ja, hä 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 hä! Ich spiel' du! Ich spiel' du! Ja, da gibt's was! Essen! Ne Korze, nur, dass ich's checkt! Drinnen! Drinnen! Und du hast nur geglaubt, da schießt doch hier alles weg, Konstantin! Da unten hat das Kammer nicht mehr dran! Okay, ich mein' ich's nicht im Boden! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Das gibt's wirklich nicht! In keinem bin! Kommst du runter? Kommst du runter? Spring! Er muss sich nicht mehr... Er sollte aber, weil ich dein Maid bin! Es geht dir nicht um den Besseren! Nicht! Oh mein Gott! Das war ein Zentimeter! Mach hier! Ich hör' den Typ, der in der Zeit wie kann der eine so los sein und dann falsch hat die ganze Zeit nicht verrecken! Voll immer, dass... Zum Glück bin ich anonym, Alter! Ich bin anonym, Alter! Er ist hier oben! Überdreht! Er ist one! Er ist one! Er ist one! Er ist one! Gib ihm Bombe! Gib ihm Bombe! Komm, Konstantin, dann kam denn! Oh mein Gott, Konstantin! Es ist halt nicht mal mein erster Sieg! Ich bin mir erster Sieg! Los! Konstantin, ich dir? Noch da? Er kommt, ich bin Konstantin. Erstmal von mir... Oh, Schloch! Schloch! Spray! Ja, was hast du denn mit Homsen? Spray! Dead! Oh! Er stirbt! Ja, ja! Egal! Erstmal mit'n Sieg! Ja, ja! Digga, da verlieren wir erst recht! Mhm, ja gut, dann mach! Ihr müsst aber auskommen! Nein, müssen wir nicht! Doch, sonst kommen wir alle in eine einzelne Lobby, weil ich jetzt verjoint bin! Ja, dann zurück zur Lobby! Ja, wie? Sieht mir wieder, wie du dich in die Vorfahrt auskommst! Hast du gesehen? Ja? Ja? Ein Pro-Gamer! Hörn, geh auch, Konstantin! Mach nicht weg hier! Hast du eigentlich aufgehört mit Streaming? Hörst du halt hin? Nein, hörst nicht! Nein, hörst nicht! Mach' ich aber jetzt! Mach' es bitte so zu kurzem aus! Mach' es bitte so kurzem aus! Nein! Fuck's ab! Fuck's ab, aber... Geh' wieder raus, Moritz! Ja! Ja! Ja!